Du hast keine Kohle, Inflation, dies, das Deswegen hier ein kostengünstiger Partypunch Wir brauchen 1 Orange, 1.33, 1 Apfel, 69 Cent Schleiden das Ganze auf und packen es in unser Gefäß, jawohl Dann Wodka Gorbatschow Citroen, 5.99 im Angebot, davon 2 Flaschen Hier jetzt die zweite Flasche Wodka Dann 1 Liter Multivitaminsaft, 95 Cent Da sind ja auch viele Vitamine drin, also kann man eigentlich schon sagen, dass das sehr gesund ist, was wir hier zusammen mischen Dann, Freunde, Apfelschorle, 85 Cent Damit machen wir den Rest des Gefäßes voll, bis oben hin, ja, sehr fein So, dieses Gebräu Gottes trinken wir natürlich aus dem Sektglas Zum Wohle, Freunde, Cheers!